Eine neue Tour, heute wieder mal im Unterspraywald, ist natürlich bei dem schönen Herbstwetter und den verfärbten Blättern eine total schöne Gegend und ist auch groß genug, dass man mehrere Touren machen kann. Wir fahren heute eine komplett andere Strecke. Heute kommt mein Sportfreund Ralf noch dazu. Das passt heute gerade ganz gut von den Anreisewegen, dass wir uns wieder hier treffen. Wie gesagt, wir machen eine andere Strecke. Wahrscheinlich wieder am gleichen Lagerplatz, weil der ist sehr schön. Schauen wir mal, ob der heute frei ist. Heute ist den ganzen Tag Regen angesagt. Es hat auf der Anfahrt auch schon leicht geregnet. Es soll bis spät abends Regen und Schauer geben. Wenn ich erstmal im Boot sitze, mit Spritzdecke und Regenkleidung, ist es egal. Deshalb werde ich mich jetzt noch beeilen. Es ist gerade im Moment trocken, beim Boot schnell aufzubauen und dann sehen wir uns später wieder. ập Motorbox.com Ja ... Noah ... Autosportfreund Ralf Der eigentlich nur bei schönem Wetter mitkommt, aber heute auch da ist, obwohl es Regnen angesagt ist. Normalerweise habe ich mir den Weg frei durchs Eis. Schön Wetter. Und das muss jetzt alles hier rein ins Boot, ja? Ich gucke jetzt mal meine Mütze über. Es fängt gerade an zu regnen. Regendichte Jacke. Ach, eigentlich muss ich ja meine Spritzsäcke anziehen, ne? Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.